Hi, willkommen zurück bei Patrex Finanzen und es ist mal wieder soweit gewesen, letzte Woche, letzte Woche, diese Woche, diese Woche, Einkommen kaufen, wir haben wieder die Sparpläne ausgeführt bei der Konsensbank. Ich habe gerade gezählt, aber habe ich schon wieder vergessen, vielleicht glaube ich es sind 18 oder 17 gewesen, wir sehen es ja gleich. Und die Rangen halt zwischen 12 Euro 50 und 25 Euro, nee 12 Euro 15 und 50 Euro, es gibt verschiedene, das seht ihr ja gleich. Und dann haben wir uns noch kurz das Portfolio an, die Performance von 2022 bisher, heute ist der, keine Ahnung, der 6. oder 7., der 6. Februar 2022, also so ein bisschen Performance vom Februar haben wir auch schon mit dabei, sowohl ja noch als auch im Februar ein bisschen negativ, ja, wen wundert's. Ja, gar nicht mal so viel wie bei einigen anderen. Also, ich mache mich klein, wir schauen mal rein, Kalenderwoche 5, 2022 Februar und los geht's. Wir haben gehabt Alibaba 25 Euro, ich werde nicht alles vorlesen, ich mache, weißt du was, ich mache es einfach Maximum Size und ich mache mich immer ganz klein in die Ecke. Da seht ihr einfach besser, na, bleibst du gefälligst los, da seht ihr besser, dann könnt ihr einfach pausieren und uns anschauen. Also, 25 Euro Alibaba. Dann haben wir gehabt 25 Euro Allianz, da möchte ich auf 14 Stück kommen, das heißt, da werde ich noch in den nächsten vier Monaten machen, bevor wieder die Dividendenaustellung ist, ein bisschen mehr reinmachen müssen, da muss man gucken, wo das Geld wieder herkommt. Wieder immer das Gleiche sozusagen. Dann haben wir gehabt BAT, British American Tobacco, 12,50 Euro, die sind ja schon über 1000, also ich habe viele, die sind schon über 1000 Euro und ein paar möchte ich einfach weiterlaufen lassen. Sorry, BAT, British American Tobacco ist einer davon, aber nicht mit 25 Euro, sondern der teilt sich jetzt einen 25-Euro-Sparplan mit Omega Healthcare, die ich auch weiterlaufen lassen möchte, aber halt ein bisschen weniger. Also, 12,50 Euro, dann haben wir gehabt BYD 25 Euro, die sind auch gut gelaufen, wirklich, ich glaube 60% im Plus oder was bin ich bei denen momentan. Costco 50 Euro, ja, das ist einer der neuen Sparpläne seit letzten Monat mit C-Limited und den habe ich jetzt vom 15. auf den 1. gezogen, weil eigentlich hätte das so sein sollen. Hat mir eigentlich ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich dadurch ein bisschen besseren Einstieg bei C hatte als bei Costco, obwohl alle gefallen sind, ne, aber das ist halt, das war halt so im Januar. Dann Diageo 25 Euro, Fresenius 25 Euro, Gazprom 25 Euro und Gazprom bin ich auch am überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen mehr machen soll wieder. Ach, das Geld, Leute, das Geld, ne. So, dann Nornickel 25 Euro und da gab es eine schöne Dividende jetzt im Februar, aber das seht ihr dann am Ende des Monats, wenn die Dividenden durch sind im Februar sozusagen, aber sehr schöne Dividende, ja, hat mir gefallen. Dann Omega Husker, wie gesagt, 12,50 Euro, das heißt BAT und Omega Husker teilen sich halt die 25 Euro, also ein Sparplan durch zwei sozusagen. Dann Rio Tinto 50 Euro, da möchte ich ja auch ein bisschen mehr machen, damit sie ein bisschen schneller auf die Position kommen. Dann Royal Dutch Shell 25 Euro und Shell ist mal wieder am Laufen ohne Ende, ja. Ich habe meinen Kurs schon übertroffen sozusagen, also mein EK bin ich schon drüber hinweg und, ja, ein stetiger Dividendzahler und sollen wohl die Dividende jetzt nicht die nächste, aber die übernächste soll dann um 4% angehoben werden, wieder, ne. Die haben wir aber auch mega Quartalszahlen gebracht, ne, und Schulden haben sie abgebaut und, ja, sind auf einem guten Weg, ne. Dann haben wir gehabt Sparbank 25 Euro, da würde ich auch gerne ein bisschen nachlegen, also, das ist so eine Neverending Story, Leute. Sea Limited, wie gesagt, 50 Euro, ja, da haben wir jetzt die zweite Sparpelausführung, genauso wie bei Costco. Dann Telefonica Deutschland 25 Euro, auch die möchte ich noch hochbringen vor der Dividende dieses Jahr auf, ich glaube, 555 Stück brauche ich, damit ich, soweit die Dividende gleich ist, knapp 100 Euro netto ausgezahlt bekomme und das ist halt das Ziel, ne. Genauso wie bei der Allianz, also nach Steuern netto alles, was da anüberkommt, ne. Tencent 25 Euro, Domra System 25 Euro und last but not least für den Monat, Bonovia 25 Euro und somit haben wir investiert 500 Euro, genau. 492,61 Euro wurden investiert, 500 Euro die Gesamtsumme, davon waren halt 739 die Gebühren, ja. Und das Ganze sollen wir bringen 16,09 Euro brutto pro Jahr per annum, beziehungsweise 3,22% Rendite. So, wir springen mal zu Brutofull Performance, bevor wir dahin springen, nochmal für alle, die so wie ich sehr viel pendeln und gerne sich weiterbilden möchten, mit bisschen knowledge, aber nicht die Zeit haben, Bücher zu lesen, ich kann euch Audible ans Herz legen. Wie gesagt, 30 Tage kostenlos, wenn ihr unten den Link benutzt, da könnt ihr mich ein bisschen supporten, da kriege ich 10 Euro für, ich kriege da gar nichts für, ihr könnt auch nach dem ersten Buch direkt das wieder stornieren, wenn ihr wollt und das Buch behaltet ihr trotzdem, es hat immer noch Zugang dazu, das ist wirklich ein cooles Ding, also es ist nicht so, dass ihr, wenn das Abo abschließt und dann wieder kündigt, dass das Buch weg ist, sondern ihr könnt da immer noch drauf zugreifen, immer noch hören, ich finde es ganz cool, ja. Als Beispiel Rich Dad Poor Dad oder Rich Dad Cashflow Quadrant, das ist das eines der nächsten, was ich mir noch holen muss, das habe ich noch nicht gehört, Rich Dad Poor Dad habe ich schon gesehen oder Der Reichstagmann von Babylon, also es gibt ein paar coole Finanzbücher auch, falls ihr in dem Thema was machen wollt, ne. So viel dazu. Also, dann, so sieht das Depot momentan aus, Shell ist halt wieder gut gelaufen, deswegen ist Shell mal wieder an ersten Position, hat Gasform abgelöst, 6,84%, dann kam Gazprom, dann kommt Apple, Allianz, Cisco, Microsoft, wie gesagt, Microsoft mache ich ja jetzt mit 100 Euro die Sparpläne oder den Sparplan jeden Monat und wir schauen, wo ist die 1000er Marke und die wird natürlich ein bisschen verschoben sein, ihr seht es wieder hier, ist wieder hinter dem ersten Viertel, Varta ist knapp drüber und Alibaba ist knapp drunter, Sperrband ist auch wieder runtergefallen, Amazon ist kurz drunter, Mercado Libre ist wieder drunter, naja. 500 Euro haben wir hier, Nio ist noch knapp drüber und Vonovia ist knapp drunter mit der nächsten Spartausführung, wenn die Kurse gleich bleiben, wird Vonovia die 500 Euro wohl überspringen und Rio Tinto wird es genauso machen und Tomara hat noch ein bisschen, ne. So, Performance, ihr seht es eigentlich alles im Minus bis auf die Consors Bank, die ist gut gelaufen, ihr seht es hier, kommt direkt minus 3,5%, im Januar minus 1,4%, im Februar bisher minus 2,2%, die Giro richtig gut runtergegangen, minus 8,3%, im Januar minus 3,4%, im Februar bisher, insgesamt minus 11,3%, das schlechteste Depot, was so läuft momentan. Dann Consors Bank plus 2,4%, 3,2% im Januar plus, dann minus 0,8% jetzt im Februar bisher, Trading 212, minus 9,3% im Januar, minus 1,5% jetzt und das Consors Bank Altersvorsorge Depot, wo dann nur der ETF drin ist, der S&P 500 ETF, minus 4,1% im Januar, minus 1,6% im Februar bisher, summa summarum sind wir minus 4,1% für das Jahr 2022, also wir haben mit 68.000 200 gestartet, wir sind bei 65.425 mit den Nachinvestitionen. Ja, Branchen, so, haben wir Tech ist an zweiter Position, Konsum 20,53, Energie 17,83, weil halt wieder gut gelaufen ist, sowohl Gazprom als auch Shell sind gut gelaufen, dann haben wir die Finanzen 9,05, IT 7,31, Telekom 3,96, Pharma und Chemie ist noch ein bisschen größer, 5,03. Regionen, USA ist wieder ein bisschen gewachsen, 51,34, Europa 28,66, auch größer geworden, aber wir waren bei 25 ungefähr gewesen, Asien-Pazifik ist geschrumpft, 18,57, Mittel-Süd-Amerika 1,42. So, und Anlagekategorien, ETFs 4,71, der Rest Einzelaktien 95,2,9% und davon sind 15,88% sind Wachstumswerte, beziehungsweise 16,67 von den Aktien, ja. So, das war's gewesen, schnelles Video, schnelles Video, ja, wie ist es dann bei euch so gelaufen im Februar, seid ihr immer noch im Minus oder seid ihr vielleicht sogar im Plus, ja, bei manchen gab es ja sogar einen Plus, Jonas ist zum Beispiel ganz gut gelaufen, Sven ist ein bisschen mehr im Minus gewesen, ich glaube, das ist jetzt wieder die Werte, diese ganzen, ja, Ruchstoffwerte, die haben uns jetzt wieder ein bisschen nach oben gepusht, ja, wo andere Leute, die ein bisschen mehr Tech drin haben, ein bisschen weiter nach unten gerutscht sind, aber so kann's halt gehen, das ist ja was genau andersrum, deswegen ist eine gesunde Mischung meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht, ne. Man muss nicht sagen, breit gesteuert nicht bereut oder nie bereut, aber so ein bisschen Wahrheit ist ja da schon drin, ne. So, ansonsten wär's das für heute, ich wünsche noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund und gerne ein Abo dalassen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao. sind wir auch. Bis zum nächsten Mal.